Karglas repariert, Karglas tauscht aus Hallo, mein Name ist Thorsten Bohms, Leiter des Service Center bei Karglas So ein Mr. T ist alles andere als harmlos Hey T, es gibt keine Nachtelfirokesen Ich zeig Ihnen warum Ein Steinschlag besteht aus tausenden Mikrorissen, die sich bemerkt ausweiten Dann genügt schon ein Schlagloch Und die Scheibe kann reißen Klar, das kostet Sie die Selbstbeteiligung Halt's Maul, Idiot! Wenn Sie uns gleich anrufen, kommen wir vorbei Und können den Steinschlag normalerweise reparieren Eine neue Scheibe einzubauen Mit unserer auspatentierten Karglas-Technologie Thorsten Bohms injizieren, aushärten, veredeln, fertig Schon nach 30 Minuten ist die Scheibe wieder stabil Und nicht nur das, das kostet Sie die Selbstbeteiligung Wirklich die Selbstbeteiligung für Kasko-Versicherte Wenn Sie einen Steinschlag entdecken, direkt anrufen 0800 7 mal die 2 Karglas repariert, Karglas tauscht auf